Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Funke Ecstasy of Gold 2. Das ist so ein riesiger Fächercake in Gold, in komplett Gold. Größer und heftiger geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Das ist so ein riesiger Fächer. Das ist so ein riesiger Fächer. Jetzt noch ein kleines Fazit zu dieser Batterie. Also Ecstasy of Gold. Also Leute, was man hier für diese ist zwar teuer, 180 bis 190 Euro bekommt. In F2, also normales Silvesterfeuerwerk, was jeder kaufen kann, ist das einfach unfassbar geil. Also wir standen jetzt circa, das waren locker 60, 70 Meter Entfernung, von dem ich das gefilmt habe. Und ich musste trotzdem immer hin und her schwenken. Also die Batterie, also unfassbar. Das ist die beste Batterie von Funke. Oder auch die Batterie, die ich je gezündet habe. Mega Kaufempfehlung. Auf Empfehlung. sich das in die App auf einer anderen Seite dieser gewang. みたいne. Wie sagt es dir? vestig imonak们. Quốcool-Evon disabilities. Wir sind immer China, inexperQueues gerecht. Genau das hat. M Dziękuję. Untertitelung des ZDF für funk, 2017